Hey Leute, ich bin Lukas und ich habe heute eine Riesenchance für euch. Wir von Schüleraustausch.net veranstalten am 22.09.2018 hier in Berlin das erste Schüleraustausch.net Exchange Meetup. Und das Beste daran für euch, der Eintritt ist kostenlos. Unsere Idee dabei ist es, einfach die Schüleraustausch- und Auslandsjahrinteressierten mit den Auslandsjahr-Youtubern zusammenzubringen, sodass man sich mal richtig austauschen kann. Also, ihr als Auslandsjahrinteressierte könnt einfach hinkommen und den anwesenden Auslandsjoutubern und Austauschorganisationen dann eure Fragen stellen. Und was richtig nice für uns als Auslandsjahr-Youtuber ist, ist, dass wir euch endlich mal wieder treffen können. Wir machen Speedchats, Gruppengespräche, wir haben ein Fotobooth und es ist noch so viel mehr geplant. Und das Beste für euch, wir haben über 25 YouTuber am Start. Darunter Caro, Taimi, Charlene und noch so viele mehr. Wer alles dabei ist, das könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung erfahren. Das Exchange Meetup findet in einer richtig coolen Location in Prenzlauer Berg in Berlin statt. Wir freuen uns schon riesig auf euch, aber falls ihr noch einen von uns im Speedchat sehen wollt, dann folgt doch einfach dem Link unten in der Videobeschreibung und meldet euch an. Also, 22.09.schüleraustausch.net Exchange Meetup hier in Prenzlauer Berg in Berlin. Falls ihr Fragen habt oder interessiert seid, kommt alle vorbei. Ich freue mich schon riesig auf euch. Die ganzen Details gibt es unten über den Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.